Ich möchte Sie alle ganz herzlich zum 13. österreichischen Radgipfel in Wien begrüßen. Ich finde es grundsätzlich viel wichtig, dass man Öffis und Radverkehr verbindet und vielleicht ist es in Zukunft irgendwann so, dass man sich nicht das erste Auto kauft, sondern das erste Klima-Ticket oder so, wo man das Radl gratis mitnehmen kann, das finde ich sehr super. Eigentlich hoffe ich, dass ich in Österreich einen Gang höher schalte, um eine Route zu bauen, wo man mit einem Gang niedriger fahren kann. Fahrradfahren und vielleicht auch Fahrrad in Kombination mit Öffis, das muss man einfach mal ausprobieren, um festzustellen, das geht, das macht sogar Spaß. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.